Der TriTest Pro ist eine Weiterentwicklung des Drehfeldrichtungstesters TriTest Control von Benning. Eigenschaften und Funktionen wurden überarbeitet oder ergänzt. Am Gehäuse fällt sofort auf, dass sich das Design an die aktuellen Duspol anlehnt. Die LEDs für die Anzeige der Phasenspannung und Drehfeldrichtung sind übersichtlich angeordnet. Durch das Betätigen des seitlichen Tasters wird die leuchtstarke Hochleistungs-LED-Taschenlampe ein- und ausgeschaltet. Das Batteriefach lässt sich einfach über die Rastnase öffnen. Weitere Eigenschaften sind der Gürtelclip zur Befestigung an Kleidung oder Gürtel oder der starke Magnetkontakt zum Anheften an metallische Oberflächen. Wir kontaktieren die Prüfspitzen L1, L2, L3 mit dem Drei-Phasen-Netz. Die Anzeige der Außenleiterspannung erfolgt durch die roten LEDs L1, L2 und L3. Je nach Anschluss wird die grüne LED für Rechtsdrehfeld oder die rote LED für das Linksdrehfeld aktiviert. Das Tauschen der Prüfspitzen an zwei Außenleitern muss eine Änderung des Drehfeldes bewirken. Die Prüfung der Drehfeldrichtung ist auch bei entnommenen oder leeren Batterien voll funktionsfähig. Der TriTest Pro wird in Handwerk und Industrie eingesetzt, um eine zuverlässige Anzeige der Drehfeldrichtung zu erhalten.